Paula, hast du deine Lippen aufspritzen lassen? Ich hab nicht meine Lippen aufspritzen lassen. Hier ist die Anleitung. Ihr braucht drei Zutaten. Numero uno, ein Kontostick. Und ballern den über unsere Lippe und unter unsere Lippe. Okay, das war sehr, sehr viel. Gott, oh Gott. Und das war's auch schon, Leute. Danke fürs Zuschauen. Jetzt verwischst ihr das einfach ganz professionell mit eurem Finger. Hallo, ich bin Olga. Dann ein Lip Liner in einer relativ dunklen Farbe. Jetzt umranden wir einfach ganz normal unsere Lippe. Nicht zu hässlich. Ja, hat bei mir schon mal nicht geklappt. Egal, denn jetzt kommt Lip Gloss. Mit dem geht ihr jetzt auch über die Linie drüber und verwischt alles. Und so seht ihr aus, als hättet ihr aufs Maul bekommen. Nicht zu danken. Love you.